Hallo euch meine Damen und Herren, es ist wieder Update-Zeit. Die Volvos wursteln und wursteln und bringen knallhart einfach drei, vier Updates am Stück raus, wenn auch nur kleine. Und natürlich war hier auch einiges Leckeres mit dabei und das schauen wir uns jetzt an. Ich hab mich so voll geschissen, das ist so krank. Wieso guckst du so skeptisch? Kennst du das nicht? Das letzte CS-Update, das bei mir heute kam, war ein 20 Megabyte großes Update um 1.14 Uhr. Wir haben bei uns auf dem Discord-Server einen CS-Updates-Channel und hier kann man dann genau sehen, ob und wie da gerade was gewurschtelt wird. Und hier kann man schon sehen, dass gestern um 22 Uhr begonnen wurde und dann bis, ja, 0.04 Uhr circa reingewurschtelt wurde. Jetzt wollen wir natürlich mal reingucken, was sie hier so gemacht haben. Ganz kurze Erinnerung an das Knife-Give-Away auf Twitch. Link ist in der Beschreibung, einfach rumkommen. Am 26. beziehungsweise 25.4. kam ja das letzte große Update, vor ungefähr 14 Tagen. Das war das mit dem Map-Pool-Change, mit dem Left-Handit hinzugefügt und ganz vielen anderen Dingen, über die man sich beklagt hatte, die dann endlich angegangen wurden. Da kam direkt danach einmal ein Fix, den haben wir uns schon angeschaut in einem anderen Video. Und auch diesen Fix, der vier Tage später kam, haben wir uns bereits angeguckt. Doch seitdem kamen wieder vier weitere Updates, die immerhin auch eben jeweils einen Blog-Post bekommen haben. Wobei zum Beispiel dieser Punkt Absturz im Zusammenhang mit der Punktetabelle behoben. Ja, weiß ich nicht, ob man da einen eigenen, naja, ja doch irgendwie schon. Es gab ein paar, die darüber geklagt haben, dass wenn sie mitten im Spiel sind, alles läuft fein, wenn sie drücken auf Tab, dann ist das Spiel abgestürzt. Hab ich zum Glück nicht erlebt, aber bei manchen ist das passiert. Das ist natürlich ein sehr ärgerlicher Fehler. Und darum kann ich schon verstehen, dass sie dafür extra so eine Update-News oder so einen Blog-Post machen, damit halt jeder weiß, ach, zum Glück ist das behoben worden. Im Update davor wurden auch noch ein paar Dinge bearbeitet. Vor allem der Punkt hier unten, das ist übrigens dann das nächste Update nach dem, die wir bis jetzt schon gecovert haben. Unter anderem der Punkt hier unten hat wohl bei vielen zu einem Aufatmen geführt. Das war wohl eine Sache, die halt vielen gestört hat, dass man keine Wettrüsten-Maps im Workshop veröffentlichen konnte oder das nicht korrekt machen konnte. Nun können eben Karten für Wettrüsten im Workshop veröffentlicht werden. Was natürlich auch in Zukunft dazu führen kann, dass wir dann neue Arms Race-Karten erhalten. Über die letzten Jahre sind ja immer wieder Community-Maps mit dann in den offiziellen Pool bei zum Beispiel Arms Race oder auch anderen Dingen gekommen. Fehler behoben, durch den das Spiel während der Kartenabstimmung am Ende eines Spiels keine Tastatureingabe mehr akzeptierte. Habe ich jetzt auch nicht so erlebt. Ich nehme an, wenn du in Arms Race bist und halt fertig bist, wird er danach dann abgestimmt, welche der beiden Maps dann wieder kommen. Wahrscheinlich ist es dann da aufgetaucht. Ein weiterer Fehler wurde behoben, durch den die Agenten scheinbar falsche Handschuhe im Menü anhatten. Oder hier im Loadout, das weiß ich nicht genau, aber das scheint gefixt zu sein. Ist mir auch nicht aufgefallen, weil ich nicht großartig darauf achte eigentlich, wenn ich halt, ja. Solange die Skins im Inventar liegen und im Spiel funktionieren, ja, also ich weiß auch nicht, gucke ich ja nicht so drauf. Die Demo-Widegabe wird am Ende einer Aufnahme pausiert, anstatt zum Hauptmenü zurückzukehren. Das habe ich doch aber letztens schon gesagt. Ich glaube, ich habe mich speziell zu Overwatch bzw. der Demo-Geschichte an sich berichtet. Da habe ich das rausgepickt. Ja, die Absturzsache haben wir ja schon besprochen und dann kamen hier nochmal zwei Updates. Zuallererst wurde hier ein Fehler behoben, durch den man hier rechts das Scope der AWP im gesumten Modus sehen konnte. Daran waren dann wohl irgendwelche View-Model-Einstellungen schuld. Dann gab es wohl noch die Problematik, dass die Vans nicht kaputt gegangen sind, wenn eine Granate in der Nähe hochgegangen ist. Sehr schön. Darüber hinaus gab es noch einen Fehler, dass in dieser Ego-Perspektive, in der man aber auch nun mal spielt, zwei Shells ausgeworfen werden konnten, also visuell aus der Schrotflinte. Das ist jetzt auch gefixt und die Leistung wurde weiter verbessert. Diesbezüglich haben sie aber keine Angaben gemacht, was damit genau gemeint ist. Einige Tester haben davon berichtet, dass halt auf manchen Maps, an manchen Stellen ein bisschen mehr FPS jetzt zur Verfügung steht. Was davor nicht der Fall war, äh, ja. Sodale und im aktuellsten Update, das gerade eben während dem Livestream kam, Donnerstags am 9.5., wird die Opazität der Namen eurer Freunde reduziert, wenn ihr mit dem Fadenkreuz drauf geht oder halt näher kommt dem Namen. Ist auf jeden Fall gut, wenn ich gerade in der Situation, die natürlich dämlich ist, aber hier fighten würde mit einem da oben, dann hampelt mir der Name von meinem Maid nicht so extrem vor der Fresse rum, wie jetzt in dem Fall hier. Dann springen wir kurz an den letzten Punkt. Demo weiter verbessert. Das In-Air-Killfeed-Icon hat mit manchen Waffen nicht richtig funktioniert. Beide Dinge wurden von Aqua is Missing herausgefunden. Also Aquarius, den kennt ihr vielleicht von Twitter. Finde ich sehr nice, dass sie das hier tatsächlich dazuschreiben. Also, so schlecht die Kommunikation von Valve mit der Community ist, so schön ist es dann, wenn halt dann sowas einfach dann halt mal mit drin steht. Man merkt hier auf jeden Fall stark, dass sie zwar nicht viel mit uns sprechen, vor allem nichts im Vorfeld von wegen, hier ist unsere Roadmap, wir machen das, das und das, aber immerhin hören sie die Probleme, die wir eben aufzeigen. Dann wurde das Scoreboard noch ein bisschen repariert und man scheinbar auf einigen Knöpfen nicht herumdrücken konnte. Und bei den letzten beiden Punkten weiß ich nicht, was das ist. Was ist ein Bot-Takeover? Die Death-Experience war wohl die ganze Zeit eine andere, wenn ein Bot-Takeover-Match stattgefunden hat. Und jetzt ist es die normale. Also, wenn du gehst und ein Bot übernimmt oder was? Hä? Und hier wurde dann nochmal was ähnliches auch bei dem Bot-Takeover bei Spectator-Targets gemacht. Das kann bestimmt jemand in den Kommentaren erklären, was da war bei Bot-Takeover. Naja, so viel zu den Updates. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön zu sehen, dass sie jetzt wieder reinballern, zumal ja April recht ruhig war, wie man hier sehen kann. Wir hatten hier ja im Vorfeld schon eher, ich sag mal, kleinere Updates. Gut, da war auch noch die Picke im Challenge, der ganze Kruscht. Und der April war eher ruhig und dann kam halt Ende April das und jetzt wird die ganze Zeit nachgeschoben. Das ist natürlich angenehm. Ich finde es schön, dass die Volvos reinklatschen und uns damit dieses Gefühl, also mir zumindest das Gefühl geben, wir haben euch da, wir sind dran. Ihr seid nicht alleine, das Spiel ist nicht aufgegeben, wir ballern. Und wisst ihr, was wir jetzt ballern? Noch ein kleines Giveaway, let's go. Wir hauen was ganz Freshes raus und zwar ein Team Liquid Holo Stockholm 21 Sticker. Am Giveaway könnt ihr wie folgt teilnehmen. Schreibt einfach dazu in die Kommentare, ob ihr einen von diesen vorhin vorgestellten Bugs, die gefixt wurden, hattet oder was davon mitbekommen habt. Beziehungsweise euch einer von denen halt einfach aufgefallen ist. Oder sind die auch eher so ähnlich wie bei mir an euch vorbeigegangen? Schreibt es in die Kommentare, dort lesen wir uns dann. Ja, dann würde ich mich hier wie immer bei euch bedanken. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns heute Abend im Livestream ab 20 Uhr. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Und es kommt gleich noch ein, also später noch ein Video heute Abend. Darin habe ich wie versprochen vier YouTube Giveaways aufgelöst. Also ran! Okay gut, haut da rein, bis dann. Bye, bye! Bye, bye! Vielen Dank.